Moin Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Nicht der Weisheit, letzter Schluss. Zum Thema Mail-Server konfigurieren habe ich ja schon ein bisschen was gemacht, unter anderem auch bei den Tux-Tagen 2020. Dazu gibt es auch einen Mitschnitt, wird hier drin auch verlinkt in den Folien. Aber das Thema Mail-Server hat sich so ein bisschen weiterentwickelt oder vielmehr, wie einige Firmen es gerne hätten, dass man den eigenen Mail-Server konfiguriert, dass die Mails dort auch angenommen werden, Stichwort Spam. Ja und da gibt es seit 2024, seit Februar, also relativ aktuell das Thema, bei Google und Yahoo neue Anforderungen, unter anderem an DKIM, was das Ganze ist, wie man das einrichtet und so weiter. Darum geht es dieses Mal. Seit kurzem, beziehungsweise seit Februar 2024, fordern Google und Yahoo zur Spam-Reduzierung von Mail-Server-Betreibern, also von euch, wenn ihr einen eigenen Mail-Server betreibt, unter anderem DKIM, SPF und D-Mark, beides einzutragen im DNS, aber heute soll es um DKIM geben. Die Grundlagen, wie ihr so einen Mail-Server einrichtet, habe ich in einem anderen Video schon mal gemacht, also guckt da gerne mal nach und in diesem Video geht es auch darum, wie ihr einen Web-Server einrichtet, eine Datenbank, PHP, Apache und so weiter und so fort und ein Abschnitt, der dreht sich um grundlegende Mail-Server-Konfigurationen, wie man das einrichtet, wie man so ein System auch absichert und so weiter und so fort. Also das wiederhole ich nicht. Dieses Video ist quasi eine Ergänzung dazu aus gegebenem Anlass. Dieses DKIM, was ist das überhaupt erstmal? Das ist Domain Keys Identified Mail, also D-K-I-M. Das ist ein Protokoll, was dafür da ist, dass jemand anders gucken kann, ob eine Mail wirklich von eurem Mail-Server, von eurer Domain verschickt wurde. Das ist sonst was, was sich Spam-Versender zunutze machen. Also die geben an, die Mail wurde von, keine Ahnung, Microsoft.com verschickt und in Wahrheit kommt sie von irgendwas.dingsbums-Server. Das kann man relativ einfach fälschen in so eine E-Mail, sodass das erstmal aussieht, als ob das von einem legitimen Versender kommt, was aber nicht der Fall ist. Das Ganze nennt sich E-Mail-Spoofing, also das Vortäuschen von einer falschen Identität bzw. von einem falschen Absender-Server. Dagegen gibt es DKIM. Das sorgt nämlich dafür, dass ausgehende Mails signiert werden mit dem DKIM-Schlüssel, also mit dem privaten Teil von einem DKIM-Schlüsselpaar wird eine Mail signiert und der öffentliche Teil von diesem Schlüssel wird im DNS hinterlegt, sodass die Gegenseite diesen DNS-Eintrag auslesen kann, damit also den öffentlichen Teil des Schlüsselpaars hat und gegenchecken kann, ob wirklich die E-Mail, die signierte E-Mail von der Domain kommt, wo sie herkommen sollte. DKIM ist aber kein eigentlicher Spam-Schutz. Das ist bloß dafür da, dass man sehen kann, ob Domain und E-Mail zusammengehören. Aber man kann natürlich jetzt gucken, wenn jetzt gehäuft DKIM-signierte E-Mails ankommen, die irgendwie Mist enthalten, dann kann man diese komplette Domain auf eine Blacklist setzen und ist relativ sicher dabei, dass man jetzt keinen Falschen erwischt hat. Wenn jetzt die Signatur, also die digitale Signatur, die an jeder E-Mail dran klebt und die Domain nicht übereinstimmen, kann man das Zeug quasi automatisch sofort entsorgen. Je nachdem, man kann seinen eigenen Mail-Server, der die Mails von anderen entgegennimmt, so konfigurieren, dass das weggeworfen wird. Oder wenn jetzt der Gegen-Mail-Server, also der, von dem ich eine Mail bekomme, kein DKIM verwendet, kann ich jetzt sagen, naja, da müssen wir vielleicht noch mal ein bisschen genauer gucken, ob das vielleicht doch irgendwie Spam ist und das denn anders filtern oder die Mail markieren mit einem Spam-Score, der ein bisschen höher ist. Das kann man relativ weitgehend konfigurieren, wie man das ganze Filtern automatisch sortieren möchte. Das wäre erstmal grundlegend, was die SD-CAM überhaupt ist und was man damit so machen kann. Dann kommen wir zum eher interessanteren Mitmachteil. Ich habe das jetzt schon so ein bisschen vorbereitet. Ich habe für verschiedene Szenarien Skripte gebaut mit eigenen Funktionen. Die habe ich schon mal vorgestellt in verschiedenen Videos, sodass man damit automatisiert DKIM auch in Zukunft wird ausrollen können, dass ihr da nicht mehr wirklich was machen müsst. Das wird in einem anderen Video nochmal kommen, wenn ich soweit bin und das alles richtig getestet habe. In diesen Skripten verwende ich Variablen. Also das eine ist die dt-inst-hostname und das andere ist die dt-inst-domain, dt für die Dodger-Tools, meine Skript- und Funktionssammlung für verschiedene Automatisierungsdinge oder auch für Konvertieren von Dateien und so weiter und so fort. Daher kommt das dt beim Variablen-Namen. Ich habe jetzt einfach mal diese beiden Variablen gesetzt. Also der Hostname, das ist jetzt der Hostname als solches, die Webadresse, unter der eine virtuelle Maschine, mein Web-Server, mein Mail-Server zu erreichen ist. Dann kann ich in dieser Variablen auch noch festlegen, dass mein Mail-Server für verschiedene Domains Mails annehmen kann oder beziehungsweise, ich habe das auch für Patchy mal vorgeführt, also dass man verschiedene Domains bedient andere Seiten ausliefert, obwohl es derselbe Web-Server dahinter ist. Das kann man machen, das geht auch mit Mail und auch für DKIM. Also diese beiden Variablen müsst ihr setzen, natürlich mit den richtigen Werten, dass das eure Domain ist und nicht hier so ein Test, den ich mal gemacht habe. Natürlich brauchen wir für DKIM auch zusätzliche Software. Da gibt es das Paket Open DKIM. DKIM, das installiert ihr unter Debian Ubuntu Linux Mint mit APT und mit dem minus Y, das bedeutet, das kann in Nachfragen kommen, sonst würde APT, der Paketmanager, fragen, sollen wir jetzt wirklich dieses Paket hier installieren und da kommen noch Abhängigkeiten mit dazu und das minus Y, das sagt, diese Abfrage nicht stellen und sofort mit dem Installieren loslegen. Dann brauchen wir ein Verzeichnis, wo wir die ganze Konfiguration ablegen, also die grundlegende Konfiguration und da kommen nachher auch diese Schlüssel- bzw. Schlüsselpaare rein. Ich habe das Ganze so ein bisschen gescriptet, damit das mehr oder weniger so ein Selbstläufer nachher ist. In dieser Funktion, die ich irgendwann mal veröffentlichen werde, da sind auch diese Bestandteile schon mit drin, sodass die Konfigurationsdatei automatisch editiert wird. Das ist diese grundlegende Konfigurationsdatei für OpenDekim und da werden erst mal Zeilen raussortiert, die mit Mode anfangen, mit Keytable, mit Signing Table, mit External Ignore List und Internal Hosts. Wenn das jetzt am Zeilenanfang stehen sollte, wird diese Zeile gelöscht. Damit stelle ich sicher, dass diese Konfigurationsoptionen erst mal nicht in meiner Konfigurationsdatei drin sind, falls die von einem früheren Lauf von diesem Skript schon anders konfiguriert sein sollten, denn die müssen erst mal weg, damit ich sie neu setzen kann. Und das tue ich hier mit diesem Block, den ich dort anfüge, ans Ende von dieser Konfigurationsdatei. Da haben wir einmal Mode mit S und V. Also Mails sollen signiert werden und irgendwie auch überprüft werden, also S und V. Und dann wird hier in verschiedenen Variablen hinterlegt oder Konfigurationsoptionen, wo welche Datei für diese Konfigurationsoptionen abgelegt wird. Mit OpenDekim können auch mehrere Schlüssel, mehrere Domains verwaltet werden. Da läuft im Hintergrund ein Daemon, der sich um die Verwaltung kümmert. Das ist so ein Systemd-Service. Und da gibt es mehrere Konfigurationsdateien, wo man Dinge einträgt. Wir haben zum Beispiel hier die Datei etc. OpenDekim Keytable. Das ist die, die wir in der anderen Konfigurationsdatei hier schon festgelegt haben. Kann man auch woanders hinlegen. Aber ich würde euch empfehlen, das genau so zu machen. Denn mir gehört das alles irgendwie zusammen. Liegt alles in dem Verzeichnis hier drin. Und dann findet man es auch leichter wieder. Also in dieser ersten Tabelle, da wird ein Zusammenhang festgelegt, welcher private Schlüssel für welche Domain in welcher Datei gespeichert wird. Und da haben wir hier diese Variable ins Domain. Also das ist die Domain, unter der euer Web-Server verfügbar ist, beziehungsweise euer Mail-Server. Und dann haben wir hier immer default.domain-Key. Und das ist der Eintrag, der auch im DNS abgelegt wird. Dazu kommen wir später auch nochmal. Und hier wird festgelegt, wo diese Datei abgespeichert wird, der private Key. Und das ist die Datei default.private. und das lege ich hier ab in dem Unterverzeichnis, was so heißt wie die Domain, die wir damit bearbeiten wollen. Also wofür das zuständig ist. Dann haben wir noch eine weitere Tabelle, die dafür sorgt, dass auch der private Schlüssel zum Signieren eine E-Mail gefunden werden kann. Also hier geht es um einmal, wo liegen die überhaupt? und hier ist zum Signieren, man könnte jetzt verschiedene, unterschiedliche Signaturschlüssel für verschiedene E-Mail-Adressen, die von diesem Mail-Server bearbeitet werden können, hinterlegen. Aber hier ist die einfache Variante, also Sternchen, alle E-Mail-Adressen, die auf meiner Domain verfügbar sind, von dem Mail-Server bearbeitet werden, die sollen durch denselben Eintrag hier, der oben auch dort verwurstet ist, bearbeitet werden. Ich könnte das irgendwie aufsplitten, dass der Admin vielleicht einen eigenen DKIM-Schlüssel hat oder was weiß ich, keine Ahnung. Dann brauchen wir für diesen Open DKIM-Service noch eine Datei, wo festgelegt wird, wer darauf zugreifen kann. Das ist so eine Liste von IP-Adressen, man kann auch Host-Adressen dazu packen, also Host-Namen mit reinschmeißen oder auch Subdomains, was auch immer. Aber ich beschränke mich hier auf IP-Adressen. Und ich packe da rein den Localhost in IPv6, dann Localhost in IPv4 und dann gucke ich mir, für welche IP-Adressen es Zuordnung gibt, also welche IP-Adressen mein Server aktuell verwendet. Und dann filtre ich da ein bisschen rum, sodass ich wirklich die IP-Adresse habe und auch noch die Netzwerk-Maske dran packe. Das kann dann sowas sein wie Schrägstrich 24 oder Schrägstrich 32, irgendwie sowas. Und die ganzen IP-Adressen landen dann in dieser Datei hier, getrennt durch jeweils ein Leerzeichen. Das macht nämlich dieser AWK-Ausdruck her. Also vorher haben wir eine Liste mit einzelnen IP-Adressen ergänzt um die Netzwerk-Maske, wo in jeder Zeile eine IP-Adresse steht. Und durch das AWK-Magische Geraffel hier baue ich das um, dass aus Zeilen Umbrüchen Leerzeilen werden, sodass es wirklich alles in einer Zeile ist. Jetzt brauchen wir auch noch so ein Dekim-Schlüsselpaar, was aus zwei Teilen besteht, der öffentliche Teil und der private Teil. Das ist so wie bei SSH, wie bei GPG und anderen asymmetrischen Verschlüsselungsverfahren. Das Schlüsselpaar besteht aus einem öffentlichen und einem privaten Teil. Der öffentliche Teil, der ist nicht weiter schützenswert. Und der ist quasi das Gegenstück zum privaten Teil. Also das eine öffnet die Tür, das andere verschließt sie. Also man braucht immer beide Teile, die quasi genau das Gegenteil tun. Das ist der Witz bei diesen asymmetrischen Verschlüsselungsverfahren und für das Signieren brauchen wir sowas auch. Da brauchen wir natürlich erstmal dieses Schlüsselpaar. Dafür legen wir neues Verzeichnis an. Wieder extra für die Domain, die wir bearbeiten wollen. Und dann gibt es hier OpenDekim Gen Key. Das ist wieder so ähnlich wie bei SSH. Da kann man auch Schlüssel erstellen. Mit Minus D sagen wir, wo dieses Schlüsselpaar angelegt werden soll. Und mit dem kleinen Minus D sagen wir, für welche Domain das zuständig sein soll. Also für was dieses Schlüsselpaar generiert werden soll. Und dann haben wir hier noch mit Minus S. das ist ein Selector, der hier Default heißt. Und das Default, das taucht da auf und da auf. Das ist der Selector, der frei gewählt werden kann als Teil von diesem DNS-Eintrag. Also dem Eintrag, den wir im DNS machen, damit ein anderer Mail-Server überprüfen kann, wie lautet mein öffentlicher Dekim-Schlüssel. Kann das da runterladen, rauslesen aus dem DNS. Dieser erste Teil hier, das Default, ist frei wählbar. Da könnte auch Käsekuchen stehen oder sonst irgendwas. Wahrscheinlich ohne Umlaut. Aber von der Art her könnt ihr das wirklich frei wählen. Danach kommt Punkt Unterstrich Domain Key. Das ist festgelegt, dass es so heißen muss. Das ist einfach definiert, festgelegt in Dekim. Und nach dem Punkt hier kommt der Name der Domain. Das brauchen wir am Schluss noch für einen DNS-Eintrag. Wenn ihr das anders benennen wollt, also nicht Default, müsst ihr es natürlich konsistent machen an allen Stellen. Da Käsekuchen eintragen. Damit diese Mails auch wirklich signiert werden, müssen wir unserem MTA, unserem Mail-Transfer-Agent Postfix in diesem Fall, also ich benutze Postfix in meinem Video und auch bei den Systemen, die ich so aufsetze, da müssen wir noch eintragen, dass diese Mails automatisch signiert werden mit Dekim. Sonst bringt uns das Anlegen von dem Schlüssel und diese Konfigurationsdateien herzlich wenig. Wir haben da verschiedene Einträge, die wir an die ETC Postfix Main CF anhängen, also mit dem Doppelfeil nach rechts bedeutet immer an eine Datei anhängen. Wenn da bloß ein einzelner Pfeil wäre, würde diese Datei komplett überschrieben werden, wenn was drin ist, wäre alles schon weg, bis auf diese Zeilen, die wir hier eintragen. Wir haben hier unseren SMTP D-Milters, also das ist einfach bloß eine Variable, die hier festgelegt wird und dieser Open Dekim Service läuft auf Localhost auf dieser Port-Adresse und da schickt denn der Postfix irgendwelche Informationen hin, bekommt wiederum was zurück und ja, dann ist diese Mail signiert. Die signieren soll sowohl für SMTP als auch für Nicht-SMTP gelten und dann legen wir noch fest, was die standardmäßige Reaktion ist auf Mails, die irgendwie nicht so ganz in Ordnung sind und das soll auf Accept stehen. Man kann das auch in späteren Szenarien mal anpassen, dass man auch sagt Reject, dass man da kein Mist reinkriegt und so, aber das wäre nochmal ein Thema für ein weiteres Video, wie man das konkret macht. Dann fügen wir den Postfix-Benutzer noch zur Open Dekim Gruppe hinzu, sodass es mit den ganzen Open Dekim Konfigurationen und sonst irgendwas keine Probleme gibt, dass Postfix die auch lesen kann, weil der in derselben Gruppe drin ist. Denn nachdem wir die Konfiguration von Open Dekim gemacht haben mit Root-Rechten, sind diese Dateien ja noch alle Root-Zugeordnet und das ändern wir durch Chown, also Change Owner minus großes R für alle Unterverzeichnisse in diesem Verzeichnis, alle Unterverzeichnisse alle Dateien und das wird dann zu dem Benutzer Open Dekim und der Gruppe Open Dekim umgebaut, sodass das alles jemand anders gehört und nicht mehr gut. Dann starten wir natürlich noch den Open Dekim Service neu und Postfix neu und theoretisch sollte das jetzt schon so weit funktionieren, jedenfalls vom Server-Teil. Wir sind aber immer noch nicht fertig, denn wir müssen auch noch DNS-Einträge machen, also bei eurem DNS-Domain-Anbieter, da müsst ihr mal gucken, wo man das findet, ist bei jedem so ein bisschen anders, wir brauchen aber Möglichkeiten, dass wir zu unserer Domain beziehungsweise zu der Mail-Sub-Domain vielleicht, also vielleicht habt ihr Mail.xyz oder sowas, dann müsst ihr es dafür eintragen und dort legt ihr einen TXT-Eintrag, das ist so ein Freitext-Eintrag, den man beliebig machen kann, wie man es möchte und dann kommt es wiederum darauf an, wie dieser Domain-Anbieter das Ganze aufstellt, bei einigen heißt das Präfix, da tragt ihr den Default.domain-Key ein, bei anderen muss man auch die komplette Domain eintragen, dass man hier Default.domain-Key .xyz, wie auch immer das heißt, mit eintragen muss, dann ist es kein Präfix. Der Inhalt von diesem Eintrag ist dann der öffentliche DKIM-Schlüssel, der setzt sich aus mehreren Parametern zusammen. Damit ich das nicht jedes Mal rausfummeln muss, habe ich mir hier so einen Filter gebaut, der das alles zusammenfügt. Letztendlich guckt es die Domain an, also die Konfiguration für eine Domain hier, guckt in den öffentlichen Schlüssel, in so eine Textdatei rein und da sind verschiedene Parameter drin, die nochmal geklammert sind, da ist dann Umbruch drin und sonst irgendwas, das muss alles weg. Uns interessiert einmal der Typ von dem Eintrag, also da steht irgendwie DKIM 1 drin, dann gibt es den Schlüssel als solches, das ist der Parameter P und noch zusätzliche Informationen dazu, wie das gehashed ist und was für ein Verschlüsselungs Algorithmus beziehungsweise Signierungs Algorithmus verwendet wird. Und dann haben wir alles zusammen, was wir da wirklich als öffentlichen DKIM Schlüssel eintragen. Und wenn das Ganze funktioniert dann hat er alles richtig gemacht. Es gibt verschiedene Dienste, wo man das testen kann. Also da gibt es öffentliche Dienste, die auch nichts kosten. trägt man seine Domain ein und sagt dann entweder wieder hier Prefix, dass man sagt Default Punkt unter Schrich Domain Key, dann überprüfen die das und dann kriegt man so eine Rückmeldung hier, du hast das schon richtig gemacht oder da fehlt noch dieses jenes welches bei dem DNS Eintrag. Ja, das war es dann auch für dieses Mal. Dekim beziehungsweise Open Dekim ist bestimmt eine sehr sinnvolle Sache, auch gerade Thema Spam, Reduzierung, nicht Vermeidung, aber Reduzierung, das ist durchaus ein sinnvolles Thema, auch wenn jetzt Google oder Yahoo das nicht ab Februar 2024 uns ins Lastenheft so reingeschrieben hätten, dass wir es jetzt machen müssen. Also, ja, genau, also ich hoffe, ihr habt wiederum was gelernt, ich habe auch eine Menge dabei gelernt, denn ich habe das gerade im Kundenprojekt gemacht, umgesetzt und ja, macht es nach, macht es nicht nach, also in dem Fall würde ich sagen, macht es wirklich nach, ansonsten habt ihr Probleme, eure Mails bei Gmail, bei Yahoo und vielen anderen loszuwerden, also das ist wirklich durchaus eine sinnvolle Sache. Ansonsten abonnieren, Glocke drücken und bis dann und Tschüss. ε Tschüss. here a a a Untertitelung des ZDF, 2020